Willkommen bei HB Schutzbekleidung. Das neue Empfangsgebäude begrüßt Besucher mit heller und freundlicher Atmosphäre. Beginnen wir bei unserem Vertriebsinnendienst, der immer persönlich für unsere Kunden da ist. Er hält sich regelmäßig mit Normen und Gewebeschulungen auf dem Laufenden. Und das ist gut so. Denn seit über 60 Jahren übernehmen wir mit unserer Arbeitsschutzbekleidung Verantwortung für ihre Sicherheit. Deshalb bieten wir als Spezialist für multifunktionale PSA-Bekleidung höchste Qualität über der Norm. Unsere Kernkompetenzen sind Schweißer- und Störlichtbogenschutz, Warn- und Flammschutz sowie ESD. Als Ideengeber der Branche setzen wir hier Trends und fertigen Produkte, die anspruchsvollsten Anforderungen standhalten. Bei der Produktentwicklung kommt es darauf an, immer die neuesten Trends frühzeitig zu erkennen. Mit modernster CAD-Verarbeitung und Blick fürs Detail bringen wir trendige Schnitte und Farben in unsere Kollektionen. Ein hochmoderner Cutter verleiht den Schnittmustern dann Gestalt. Jedes Fertigteil, auch jedes Muster erhält eine individuelle Nummer auf dem Etikett. Die Fertigung der Muster erfolgt in unserer Inlandsproduktion in Thalhausen, die auch Vorserien und Schnellschüsse umsetzt. Alles mit größter Gewissenhaftigkeit und Präzision für Schutzbekleidung von HB mit unserer bewährten und begehrenswerten Sicherheit über der Norm. Und natürlich mit dem Markenzeichen von HB, der Schildkröte, die auf keinem Fertigteil fehlen darf. Um die Qualität nach dem industriellen Waschen gemäß ISO 15797 sicherzustellen, prüfen unsere Gewebespezialisten im eigenen Waschlabor unter anderem Farbechtheit und Schrumpf von Mustermaterialien und Musterfertigteilen. Bei der Anprobe zur Produktabnahme wird jedes Detail nochmals untersucht. Hier bei unserer Warnschutz Softshelljacke. Dieser Aufwand speziell in puncto Qualität ist eines der besonderen Merkmale von HB. Der Beflammungstest zeigt, wie gute und hochwertige Schutzbekleidung funktioniert. Sie brennt nach der Beflammung nicht weiter. Auch beim Störlichtbogentest, bei dem die Schutzbekleidung bis zu einer Sekunde unter extremer Hitze steht, bleibt unsere Bekleidung unversehrt. Zurück zur Produktfertigung. Sobald das Musterteil zertifiziert ist, wird das entsprechende Gewebe bestellt und in unserem hochmodernen Warenlager liegend eingelagert. Jeder Ballen kommt in seine eigene elektronisch zugeordnete Hülse. Die Einlagerung erfolgt erst nach einer umfassenden Prüfung der Gewebequalität auf unserer hauseigenen Warenschau. Zusätzlich wird jedes Gewebe mit dem vereinbarten Kontermuster unter Normlicht abgeglichen. Mit diesem Lichttest prüfen wir, ob die Farbe exakt der des Musterteils entspricht. Auch unser Zutatenlager ist vollständig automatisiert. Alles wird eingescannt und zur Verarbeitung an unsere Produktionsstätten geliefert, mit denen wir über unser Warenwirtschaftssystem vernetzt sind. Sind alle Teile eines Auftrags produziert, erfolgt die manuelle Endkontrolle jedes einzelnen Fertigteils. Durch diese 100-prozentige Kontrolle können sich unsere Kunden darauf verlassen, dass sie in der Serienproduktion genau das bekommen, was sie als Muster gesehen haben. Zusätzlich zeigt die Nummer auf dem Turtle-Test-Stempel, was in welchem Betrieb gefertigt und kontrolliert wurde. Mit unserer ESD-Bekleidung führen wir zudem Fertigteilmessungen durch und prüfen den Oberflächenwiderstand. Denn ESD-Bekleidung muss zuverlässig ableiten, um Schäden bei der Elektronikfertigung zu verhindern. Das ist HB-Qualität. Verpackt und verschickt wird alles aus unserem hochmodernen und leistungsfähigen Logistikzentrum. Es umfasst ein 2300 Quadratmeter großes Fertigteillager für insgesamt 400.000 Fertigteile. Alle Warenausgänge werden mit dem Scanner erfasst. Kurze Wege beschleunigen die Kommissionierung der Pakete, die vollautomatisch verschnürt und über ein Förderband weiter zum Paketlifter transportiert und dort auf Paletten gestapelt werden. Von hier aus verlassen jährlich gut eine Million Teile unsere Versandzentrale. Und bei allem, was wir tun, steht die Einhaltung des HB-Wertekodex und unseres Code of Conduct an oberster Stelle. Dazu zählt neben einem respektvollen Miteinander auch ein nachhaltiges Wirtschaften sowie eine hohe Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern, Umwelt und Gesellschaft. Nur so können wir unser Markenversprechen halten. HB Schutzbekleidung. Be safe. We care.